ja sicher halber okay da war schon wieder einer unterwegs auf so einem server aber das schon wieder raus ich habe keine einladung die sind nicht durchgegangen ich brauche noch mal eine ich gesagt die ceo einladung ich habe so angezeigt bekommen okay ich habe die erzieher bekommen aber aber jetzt hat irgendwas geklingelt spielhalle okay wir wollen uns heute noch mal mit der casino mission übrigens thomas und die wollen wenn wir schon hier so zusammen machen wollen dann müsstet ja auch beitreten in die ja weil wie gesagt das gibt immer noch 20 prozent mehr eingeladen wieder was einladung ich habe gesagt ich kann nicht nicht also markus ihr wart doch schon da drin ja es ist doch die möchte nur als aktiv setzen die gruppe die die kuh der markus ist das zu tun was ist raus geflogen aus der crew ja du musst halt du musst hat wieder charakter auswählen wenn du was aktiv in das naja ich weiß dass ich hab das jetzt mal auch kann die wollen kann ich außerdem nicht einladen ja ok und deswegen müsste der kevin da drin mal gucken oder der markus was man da ändern kann warte mal gerade kurz kus meine kus so ich bin am laden und da müsste irgendwo hamster stehen und den müsste man anklicken und einladen rekrutieren dann kommt die einladung auch an was für hamster ja wer fährt hier den pinken pampers bombe da ist nicht mal nicht mit dem helikopter gekommen der straße steht warum nur so das sind pinken pampers bombe also das sind ja max ist drin ok der kumpel von uns da tut aber nichts ja gut der hilft sogar gerne wenn ja so wie gestern irgendwie kommt mir der name bekannt vor und da thomas weiß es gestern noch wir brauchen aber ich habe ihn gar nicht erkannt wir brauchen aber jetzt kein zusatz helfe weil wir hatten sie nie zu viert nur er sagt wir müssen jetzt anfangen nur die das ding zu starten ja ich bin jetzt schon dabei ok so ruhig ruhig wo der besitzer zugang zum barbereich ja so ich bin geheimen kinder aber stimmt das brauchen wir jetzt nicht bei der mission was sind bei der vorbereitung sondern dass er uns in seine firma einladen muss war das bettet bei der ringsmission ist es ist ja egal bei der finalen final ist er extra lobby ja es ist abgeschlossen zu reden ja nur masten aber das ist nicht wichtig eigentlich ja wir brauchen ja nur die sehr gar nicht was geben ich hätte auch vorgegeben nehmen mir ist es mir ist es ja nicht egal aber wie gesagt das wichtigste ist jetzt alles andere ist vorbereitet ich habe noch keine tollen smiley machen alles gut auf der schütten grüner heli also man geht eine einleitung bekommen weil wir keine bekommen haben ich habe eine bekommen ich nicht jetzt nur in die spielhalle habe ich eine bekommen aber nicht ich hatte den direkt gestartet aber die auch noch so aus wie ich muss hier kommen das ist ja dann automatisch gewitscht stimmt ja hat mir einer gesagt wenn du in der crew hast dann die automatik in den missionen hat mal die crew mit wieder ein oder den rest zu werfen sollte das neues sein haben die zu mir gesagt ja passt ja alles gut na dann aufgeles reise wird es ja eh nicht aber egal das letzte mal war doch auch schon sofort alarm als wir drin waren eben ja das heißt ihr müsst direkt beim ersten hacken das richtig machen und zweiten lösst die alarm aus dann kann ja einer von euch schicken nein du bist unser meister das ist deine mission okay wie gesagt deswegen deswegen habe ich direkt aggressiv genommen weil das ist für mich die einfachste einfachste methode das wird eh in der schießerei irgendwo enden nachher das kannst du dir jetzt schon mal sicher sein da kann ich dir einzeln fehlen macht das nicht bei den letzten casinenüberfall aggressiv das hat nämlich der max gemacht und das ist ein reinstes disaster nicht spoilert er sagt nur das ist ein disaster da kommen wir nicht zu dritt sogar durch so alles gemacht jeder 25% ja passt so na aufhör mal dass wir diese karten jetzt eigentlich noch die teiler einstellen wie willst du auch jedes Mal durch den personal rauchen wo du diesen code eingeben musst gibt es nicht einen anderen weg haupteingang habe ich gehört soll sehr gut sein das ist es ist immer wichtig zu wissen wo man seinen code eingeben ja hier wird der code eingeben ok aber landeplatz geht nur wenn man heli jetzt hätten in der nähe ich hab ja einsatzfahrzeug gekauft achso da müsste gleich info kommen wo wir auf den helikopter wechseln können ich hab auch nicht weit mach irgendwie nah oder so mittelreich damit haben wir letztes mal auch gemacht das hat funktioniert ok ich dachte weit wegen dem geld du wolltest weit machen damit wir sterben du meinst weit wegen dem geld ich meine mittel wegen unserem talent ich hätte nahe gemacht einfach das kann eigentlich fast nicht schief gehen also eigentlich willst du damit behaupten du hast mittleres talent nein wir als gruppe haben mittleres talent ja eigentlich nicht aber egal ja die zipfel nutzen wir noch die schlüpfe sind unterwegs die frau geht voran ne ist klar ja wir brauchen ja ein schutzschild ja ich weiß ja kanonenschütter ne ja ja der zielscheibe auf frauen schießen wir nicht das sagst du die zielen immer auf den busen bei der frau ihr könnt du hast du kannst mit reizen spielen deswegen habe ich auch die schule die schulere tasche das ist die andere farben betracht die haben wir alle ich habe so eine linie an der mann hier zu fahrer steigern die wollte du kofferraum ist der heli der jetzt steht optional oder kann muss man den nehmen ich frage mich halt immer noch wie wir so wie wir jetzt auf den landeplatz noch kommen sollen ohne heli der heli kommt doch der heli steht schon da du siehst ja rechts diese diese dings sich drehen also statt der eben gerade müsste kargob einsteigen und er bringt uns der pilot auf eine höhe wo wir absteigen können okay das wäre dann ungefähr was machst du thomas warum drehst du jetzt hier dreimal hin und jetzt hier du hättest hier links fahren müssen jetzt geradeaus einmal weiter ganz ruhig was fährst du dir zusammen wenn du nicht weißt wo lang dann fragt doch einfach die beifahrer weiter einfach geradeaus weiter kann auch weiter weil irgendwie mein controller immer nach links schwenken ach so mit der sich so stark jetzt ist nicht nur mehr im auto gott das kann es auch von der seite irgendwo rufen könnt ihr schatten rutscht wieder hinten sitzt irgendwie der controller weißt du die sich wenn ich auch nicht analog hier da hinten da unten stehen doch schon da wo ihr mich gestern in die kandidation geschickt der steht vor uns genau in dem erstmal rein und er bringt uns ich hatte ihn schon gehört der hat uns nur den weg anders gezeigt damit wir in den kanal fahren aber ich nutze halt solche oh gott sind alle sind wir auf alle an bord ja wir gehen jetzt über alle gequetscht moment falsch habe ich überhaupt ein ja wir haben alle ein okay und sagt mich müssen raus springen ja aber es kann nichts werden jetzt kann ich jetzt schon was sagen oh gott ja ich sag nur hier wir reißen das ne mit diesem komischen fallschirmsprung da ne wie oft sind wir alle gestorben so jetzt abspringen oder was okay wir müssen jetzt okay ja 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 ich will nicht ich bleib hier sitzen ich bleib hier sitzen mal was anderes oder wie war das jetzt okay l1 r1 da könnte die beine müssen kann man die beide müssen anziehen ich komme zu tief ich bin russisch gelände markus du hast die drohne hier ist kamera ja sie wissen dass sie da sind ich habe die eine auch kaputt geschossen die oben war ich habe die auch gerade anders aber schon voll im sichtfeld drin baby also wie war es ja wie gesagt jetzt alarm können ich schießen jetzt ist es ja gewohnt also bis zum aufpassen jetzt dann passiert das letzte mal wahrheit ein bisschen unglücklich dass wir da das sein wenn man zurück gestorben ist hat so verkackt alles gut ich komme zu den gelber punkt sein zum aufzug ja hier gibt es den aufzug den wir nehmen ja ja genau juhu mein lieblings weg übern aufzug schacht das ist eine sache wo ich den plafi flunder war da irgendein spiel ich habe ihn aufzug geklackt habe ich weiß aber nicht mehr so und nach unten drücken da ist einer wohl die goldgeist ich mache es gut ich lasse der personal vorlauf jetzt sind wir hier drin hier drin können wir irgendwo im raum eingehen wegen wird jeder der tür der hat überlebt durch die tür durch für der schroth flinte hinter mir hinter mir hinter mir habe ihn diese steuerung manchmal ich könnte aus ich mache hier hinten mal gerade mit den rücken frei ich weiß ich wieder da vorne aussieht gerade bei euch ich möchte eine türen auge der markt ok da kommt irgendwo was von der seite also ich bin jetzt schon mal den vorstuhl ich weiß nicht was ihr macht ok ich schieße auch alles was ich gewinnt also da seid ihr durch warte 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 nein nein machen leute ernsthaft ja ihr wartet aber auch nicht ihr fahrt dann einfach schon durch ich habe gerade gesagt moment ich warte 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 ja ist egal passiert so genau vor mir geht die tür zu und ich habe die ganzen gegner hinter mir stehen sorry ja das ist aber nicht gedrückt ja das ist es halt einfach passiert es ist egal alles gut ich habe den weg am anfang erst nicht gefunden und das wo ich nicht habe ich gesehen wo du ich seid so und dann habe ich die tür gefunden dann war das ding was zu spät dann habe ich die gegner hinter mir ich kann nicht mehr aufzug rein ja ich hänge jetzt mal fest auch ich bin zu fett und rufen die folge zu tun na gut zum glück müssen wir nicht wieder falsch haben ja frauen vor ne das ist typisch dummste so eingehüllt wie du da bist sieht man gar nicht dass du die frau bist du machst ja einfach den text der oben links wie macht ihr da aus erhält dass man nicht so runterkommt äh viereck ja man liest einfach den text der oben links äh viereck machst du einen langen sprung Ich hoffe es gibt kein nix Es gibt ja meine Ecke Es ist meine Ecke Was ist denn das? Was ist denn das? Der Gegner, du blöden Pisch Schrapp sei Kuck mal runter und ich habe die tüge auf einer rauf ich gehe dahinten an den tür ach leck mich doch am arsch warum auch immer die tür geht so sagt jetzt schon wie sieht das aus davon ich bin schon wieder am fahrstuhl und warte auf euch ja das ist gut ja ja es war gepasst so geil wie die gegner noch reinkommen und noch wie wollen eine fresse gefahren mitgegeben wer ist denn hier neben mir baby pass auf dem treppenhaus da rechts hinten dazwischen steht auch noch einer die war für dich ich habe die waffe in die hand genommen er nimmt sie wieder weg und haut ihm erst mal eine runde du bist du bist bei mir ohne waffe rumgerannt ich bin nicht ohne waffe ich habe die wieder weggetan momentan verkehrt ist gerade sorry aber irgendwie läuft das jetzt weiter ja weil wir doch an dem team haben wer aber jetzt noch mal stirbt der verpackt also linke seite waren auf jeden fall noch zwei minimum ein habe ich nur mitgenommen den zweiten nicht hier links hinter der wand steht der noch und rechts auch ich sehe doch ihre kliniken offenbar da ja alles weg da kommt noch einer links naja sehe schon aus dem aufzug ok sound weiter ok da kommt aber noch einer mit ich heiße ein bisschen weiter rein wir müssen weiter rein weil es war gleich das was er drückt gefällt genau versteckt sich hier dann der glas hier es macht so viel sinn ok versteht ihr mir markus ich tut jetzt an ich werde schon wieder angeschossen ja da steht noch einer aufzug jetzt bist du soweit ja warte muss rechts drücken also ja ok jetzt 3 2 1 x ja hat geklappt das war jetzt komplett reingehen würde ich gerne mal meine lebens energie sondern auf wenn ich habe zwar gut auch drei viertel aber ich weiß nicht ob hinter uns jetzt auch was kommen könnte jetzt erstmal nicht erst auf dem weg zurück jetzt kommt erstmal der kram mit den bomben und den gas gas ich lasse auch mal leben meine energie ich habe nicht vorausrennt hoch markus und stoppt ihr könnt doch lieber schneller machen wenn euch vorher an die wand lehnt dann ich warte bis sein team den krisenraum erreicht also richtig noch nicht weil wir noch ich bin doch ganz hin und jetzt kommen das behauptet aber auch nur du ach so bohren ich dachte wieder mit bomben die leise methode okay das ist wie ein anderes kron macht euch kalt schritt haben keine gegner mit gar nichts bin schon dabei ein bisschen besser zu laufen das ist eine einfache bohrmaschine ist das andere ding so rechtzeitig ich bin rechts durch wie weit bist du baby einfach immer schön im lila bereich halten in der mitte die temperatur geht das das richtig öffnen viel dank du machst die muskelarbeit die blutflecken welchen hack hast du genommen thomas weiß ich nicht wieso aber weil es wieder nur so wenig zeit ist was ist denn das hier für ein hack das ist ja bescheuert ich glaube das wird kein guter bruch hier und das wird nichts naja wieder mal ich komme nicht durch das tor durch zur haare gar nicht mehr ändern ich habe den von letzten mal wenn du dir einmal entschieden hast hast du die müssen raus ich bin unterwegs schade ich habe das wieder wird wieder nicht mit viel geld wir haben sogar noch weniger als das letzte mal werde zum 2 millionen ich bin auch immer sicher da fehlte wieder was war ich doch nicht das letzte mal nicht da hacken musste durch die dinge ich hatte da auch irgendwas anderes ja ich habe ich ja natürlich ich wusste die tür nämlich selber hacken ja ich hatte da auch karten für für diese räume da wo dann noch ich wollte jetzt ist ich wollte zu haar über und da ging nichts das hätte ich auch geschafft wenn ich verloren hätte eine millione eine millione haben wir haben 200.000 weniger bg bist du soweit 3 2 1 x raus müssen wir durchs personal reingang ich hoffe ich habe da wo der fahrstuhl oben endet aber wenigstens ist dann abgehakt das thema ja 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 das ist dann durch dann habe ich den abgeschlossen machen wir dann nachher weiter mit der insel wir haben aber schnell die tür wieder repariert pass auf der theke steht noch einer der lebt noch glaube ich zumindest die sind hinten weiterhin im treffen da ich habe einen darüber die theke geschossen und dann meine ich dich richtig erwischt zu haben habe ich schon erwischt okay du hast du mit erwischt gut ich hab noch jetzt noch alle am fahrstuhl ja jetzt ja ein da die ist mal lässt die frau wenn ich da lebt doch der typ jetzt die frage ist wo müssen wir jetzt ansetzen ich glaube wo wir das geld rausgenommen haben die waffe unternehmen da ist ja das haben die nebenan das eingestellt ich werde mein ohr eingekritten war Ich muss raus! Ja, genau, eine Kugel. Die beiden noch nicht richtig sterben, ne? Ja, da werden sie überleben. Ja, gut, die haben wahrscheinlich den Westen an, schusssichere. Viecher. Ja, das sind Viecher genau. Die hübschlichen Viecher. Oh, Vorsicht, da kommt einer von der linken Seite. Aufzug, komm. Aufzug frei. Alles da? Ja. Oder? Ja. Aufzug frei. Das war noch ein Kretschen, die nicht? Und alle, die werden geschossen. Das braucht den. Und man wollte, ja. Die Ecke. Insta, dir Kev. Sorry. Habe ich dich wahrgenommen erst? Guck, Gott. Da ist noch einer, Kev. Oh, leck mich doch am Marsch. Ja, benutzt die Karte. Habe ich doch. Da sind rote Kreise drauf, dann würdest du es sehen. Ja, ja. Da kommt zu euch, der eine. Hinter euch. Und dann an der Wand. Ich will euch nicht morgen gehen. Ich glaube, der ist rot. Ja, nee. Wenn ihr da tekelt habt, bei Kev. Ja, Karte benutzen. Ja, das Problem ist, hier die nicht. Ob die da hinter einem Raum oder so sind oder nicht hinter einem Raum. Ich sage dir, ah, ich bin jetzt schon wieder vorgerannt. Okay, das ist eh egal, weil der ist eingesperrt. Wir müssen da hinten durch, in die Richtung, wo ich schieße. Scheiße. Scheiße, Spinner. Ja, aber ist auch nicht die klügste Variante, Thomas, sich einfach mit in den Raum zu stellen und zu schießen. Ich hatte, ja. Boah, diese Brуем. Oh, stell dich hinter eine Glastür. Genau. Ey. Das geilste, wenn sich der K in einer Glastür verstecken will. Da ist noch einer. Hey, du versteckst dich. Der legt erstmal die Waffe weg. Aufzug ist sauber. Wir rechnen nicht, dass du von der anderen Seite kommst. Ah, ich hab doch keine Stelle, keine Panzerung mehr. Wie das da so ein Schreibtisch lag, ey. Ahem. Ahem. Das ist ein Schreibtisch. 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 Ich mag nicht die Abwärts, wenn ich dich in Bremse hab. Ach, nee. Ich muss gleich auf jeden Fall mal eine neue Panzerung kaufen. Ich hab nämlich nichts mehr. Ach, nee. Geht hier nicht auf dem U-Boot die Panzerung kaufen. Ja, wir wissen es, dass die Nuss kommen. die nasen ich hoffe jetzt mal hinterher nein sollte der lang eine uhr ich habe nicht mal über den zaun gekommen ich hatte wirklich mein song davon aber ich hoffe dass wir hier nochmal jetzt ansetzen dürfen ja weil das ja jetzt sind wir eigentlich das über den rüber und über die rennen das war der plan an der sache aber ich müsste hier noch mal normalerweise noch mal neue checkpoint drin sein ja eigentlich schon aber jetzt auf einmal ihr habt schon so oft gestorben im faktor mal ganz von vorne an was ein auf leuchter scaf gaming gleich und vorhanden leute das sind so die youtuber die müssen neu anfangen sind geht über die ränder nach hinten hat mir einer verraten weil das ist der weg mit weniger kopf geht noch jetzt nicht mehr da muss aber noch mal einander stehen ach das bist du thomas und dein kopf der letzten naja so lang wo lang wo lang die runter oder was ja darunter die treppe runter das hast du mir das hast du mir wenn ich runter springe weil wir müssen die treppe runter geht zwei maximal drei leute an dem punkt hinter und wer von da wo stehen die fahrzeuge im kanal oder wo nein ich bin runter gesprungen kanal ja die steht unten tatsächlich bis runter gehen alles gut ich habe ich bin runter gesprungen habt aber den richtigen weg gefunden alles gut passt das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht was dann passiert ja fahrt hier schon mal los ist haben wir den markus gleich ein weil dann haben wir nämlich den kontrollpunkt auch schon mal sicher ja soll ich bin ich warte auf dich war keine sorge mach kein stress ich sehe dich das gäbe auch scheiße ich muss nicht bei der kopie runter ist ich tue mal bitte die kopie und noch steht bei fahrer seite da ist doch so eine öffnung ich soll ich nie kann einfach nicht so die beute abliefern steht von mir ja aber du musst dadurch um hier zu kommen und hier sind die wege oben aber er sagt ihr lange hier links oder wo ja da wo der gelbe totenkopf ist oder wo ja alles gut ja hab's schon wir machen das anders wir haben ja keine zeit laufen ne das war ja ich wollte wieder unter den kanal es war blöd aber rauszufahren der falsche weg ja das war verkackig ist alles gut alles gut da komm da komm ich hoffe dass wir halbwegs ein bisschen sicher sind hier die haben uns gleich glaube ich wieder entdeckt ich hoffe nicht die sind glaube ich über uns jetzt jetzt haben wir ruhe wir haben keine kopf mehr wie sieht das bei euch aus jetzt ja nur noch ok wie gesagt wir haben sie los ja mach jetzt ein bisschen ruhiger zum da oben wo lang die frage ist vieler wie flatt war letztes mal wer hat weniger wir haben jetzt auch 876.000 ungefähr das gleiche ungefähr das gleiche ok gut aber damals haben wir haben wir haben den falschen äh 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 ähm äh wir hatten glaube ich eine halbe minuten oder so aber alles egal alles gut ich habe keinen wir sind schon noch drei kilometer ungefähr 3,2 kilometer zum käufer ich kann leider nichts mit läster machen ja natürlich nicht in der mission nicht das war ja auch zu einfach richtig schaut dass er nicht sterben das wäre jetzt blöd gewesen gleich da wir kommen jetzt an euch vorbei gleich ihr habt ja gott schon und wir fahrt natürlich durch und so durch so wird hier hier das ist ja du ach ich doch wir müssen jetzt warten bereit ist dich momentan darauf vor die fahrt noch mal zu machen ich befürchte ich tue es